Hallo, hier ist David. Ich bin jetzt in Hornburg. Gestern habe ich nicht angerufen, weil ich mit René noch in der Nacht gefahren bin. Erst halb elf da waren. Halb zwölf, pardon. Gestern 265 gefahren, heute 215 Kilometer. Mir tut im Moment alles weh. Mal schauen, wie es morgen wird. Die Hitze macht einem ziemlich zu schaffen, aber das Bike hält bis jetzt ganz gut. Wirklich fährt sich sehr komfortabel das Mitec. Mal schauen, was morgen geht über den Brocken auf jeden Fall. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen, was die Hitze zulässt. Das war's von mir. Ciao.